Wer hiermit sein Geld verdienen will, gewöhnt sich lieber an den Gedanken zu sterben. Was ist das? Was hast du denn gemacht? 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 Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Oh, 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 oh. Was ist das? 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 Wir haben uns gerade in den Arsch getreten Und das ist nicht gerade hygienisch Wir haben uns gerade in den Arsch getreten